Was ist denn das hier für eine Maschine? Oh, grüne Mutti! Grüne Mutti! Oh, Entschuldigung. Oh, das war zu laut. Entschuldigung. Oh, Grit, Grit, lauf, lauf, lauf! Lauf, Grit, lauf! Ah! Der hat mich getroffen. Ich muss weg. Der ist immer noch hinter mir hier. Ja, ich komm. Ich komm, ich geh noch mal ins Treppenhaus. Irgendwas haben wir übersehen. Ja. Ich hab hier schon alles geguckt. Du hast hier den Dings übersehen. In der Garage. Hier ist ja nur die Tür. Also höher geht's hier nicht. Nee. Höher geht's hier nicht, nee. Und ich bin grad hinten rumgelaufen, aber da ist auch nichts. Das Klo. Also hier ist nix weiter. Ja, was laden? Abparken und weitergehen. Oder? Ja, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist nix, echt nicht. Exit? Nö. Nö. Sehr bescheidener Namen. Das ist ja typischer, die ist noch nicht mal entloot. Ja, das ist aber wirklich komisch. Ja. Hier muss doch irgendwo entloot sein. Naja, ist nicht in dem Gebäude. Ja, ist ein shotgun. Ja. Was ist das hier nebenan? Hübsches, was ist da? Aber das sieht auch alles schon kaputt aus. Was hat das denn schon? Auf jeden Fall habe ich hier noch eine Wartentasche gefunden. Oder hat das jemand kaputt geschossen? Schätzlein, was willst du denn? Willst du Auto fahren? Irgendwas haben wir hier übersehen. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ich ernte mal den Mais hier. Ja. Ja, ernte Martin. Du bist ein Sattling. Aber hier ist wirklich nuscht. Martin. Also wir können gerne mal in dieses Gehör. Ich höre hinter mir fauchen. Und wo sind die denn? Ach da, der haut die Litmerseule. Na dann viel Spaß, Kollege. Den Mast hoch. Acht Stück. Den Mast hoch. Jetzt. Was für ein Mast hoch? Ja, macht mal. Ich kletter nicht so gern. Kann man hier hochklettern? Ich kann man hier hochklettern. Oh, noch ein Auto. Ich schraube hier mal diese ganzen Autos, die man nicht looten kann. Die baue ich jetzt mal ab. Ich bin mal hoch. Hallo Mike. Hallo Mike. Micky. Hi Mike. Micky Mike. Hier sind einfach immer die Kassen leer. Was ist das denn hier? Wo bin ich denn überhaupt? Wo seid ihr denn? Was ist denn hier los? Also ich bin, ich habe da den Mais geerntet. Ach ja. Na gut, dann tun ich ja. Ha, 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 ha. Ich gehe wieder raus. Da ist ein Elch. Wo? Ah, ist Fuh. Mitten in der Stadt. Wo bin ich denn? da in dem gebäude hat gebrummt und gebraucht und da kommen welche an gedackelt ich habe hier ein haufen briefkästen gefunden die nämlich vielleicht ist ja drohen buch drin was ich ja gehen kann ja das kann man leider nicht so ich bin jetzt immer noch vor dem messias ja ich komme wir kommen zurück dass ich jemanden braucht wer läuft denn da ich höpfe also sandrina und wo bist du hier also ich bin das grüne haus bist du in die ganzen zeitungsständer dahinter so eigentlich habe ich gerade reingeguckt ja ganz viele bücher sperrjäger band 5 band 4 bogenschießen für a band 1 und technik freakbank sehr band 6 manu ist da hinten an dem großen ja ich habe nur kurz aber ich habe schon ein gewaltfreien abend was gewalt ja wir können ja auch hier einfach stehen und reden das ist dann gewalt das können wir machen aber wir können auch ich hoffe ein bisschen spaß muss sein nein nein ich habe den elch die kriegigkeit jetzt habe ich durch misst jetzt so ein bisschen sehr schreckhaft geworden weil wenn es da knallt ist immer sehr gefährlich also das ist ja das bedeutet dann nichts gutes ich kann jetzt mal habe ich vergessen wo ich bei mir kommen ich habe mich doch nicht gesehen man müsste denn jetzt hin gesprungen ja ich bin immer noch hier aber ich weiß nicht jetzt da läuft jemand drin rum mich hier in dem haus jemanden laufen das bist nicht wo das war eine kranke schwester ja die kann ich was dagegen ich kriegst grad von mir einen auf zwölf auf die hat dass die schuld ist die schon wieder verschleppt da soll ich was mal das nicht vorne siehst du den grid ja noch hier irgendwie raus reingekommen ich hab den auch nicht getroffen aber ich wollte nicht noch mehr feine verschieben wie geil macht sich jetzt hier auch das bessere messer ja ich komme ich ja ja ich habe ja manu ist immer mit wir stehen vor diesen großen gebäude das kannst du gar nicht übersehen wir stehen vor dem appartement haus man ja auf einem bauplan irgendeine mod was ist das panzerplatten mod wenn du schon was loswerden möchtest ich habe hier schon diverse zeug in meinem motorrad ich wollte es auch gerade bei mir rein tun aber wenn du das so sagt dann können kann wir dann kann ich das auch erst mal für die rein ballern wenn du da schon diverse sachen drin dann schmeiße ich da gerne dazu mit nötigen sicher verriegelt meine niemals orientierungslos ich weiß wenn sie da eine telefonzelle stelle steht das ist ja das ist das wichtigste ich habe auch wieder zwei stahl gefunden die zwei dosen die ich lege ich ne also ich lege da keine dosen rein bleiben verlegen ich habe so ein lederstaubmantel wer den haben möchte ne vielleicht vielleicht ja andré ist euch nicht in der wüste und jetzt jede mit dem knochenmesser durchs haus nee nee dann sterb ich ja habe ich sonst noch irgendwas ich schmeiße dir mal eine reparaturkette rein ich habe zwei möchtest du ein reparaturkette habe ich habe leider doch ich habe auch zwei wenn du später brauchst kann ich dir auch noch eins geben falls noch irgendein mal hier auf boden ich werde bestimmt sterben wenn man sich ein schlafsack hierhin legen nein für deine vorsicht legt ihr dann sicher nach hause fahren nein ich sterbe nicht und wenn ich sterbe habe ich nicht gehabt dann bleibe ich zu hause ich denke mein motorrad in die tasche was halte ich davon eine gute idee das nehme ich leer hier wird nämlich nicht gestorben hier drin kann ich nicht garantieren wenn es das ist was ich denke ich muss einfach mein solch einwand die kunde man diese frau ist es schon wieder nachmittag ja am besten dann merken wo wir hier kommen wir glaube ich nicht rein und stahl müssen wir mal einen eingangs muss man ja erstmal hier rein wollen jetzt ja mal was in mainz rein räumen können ja dann dauert es ja noch länger ich freue mich jetzt erst mal hier wirklich das ich habe acht kartoffeln gefunden übrigens oh cool der kommt man da gibt es ja da einen kartoffelsalat ich glaube wir müssen durch die tiefgarage alles andere ist zu also auf der rückseite sind die geraten lesen auch zu oder wir können durch die tiefgarage rein fertig warte auf euch ich bin links rumgegangen ja links rum und nachher hinters hause als die tiefgarage da können wir rein also gehe ich jetzt hinters hause ja ja ich bin links rumgegangen wir sind ja sowieso nicht allein wir haben uns jetzt zu dritt genau der läuft ja mir vorbei weißt du einfach so ja ja das war dasselbe da so ich nehme erst mal die keule aber also als ich mit dem alex hier drin war dann ich glaube ich noch nicht noch ich habe ein fünfer knüppelt und verknüppelt ihn hatte mir der links gebastelt und aber ja hatte ich nicht stopp steht da ja er geht schon ein hier habe ich noch in der tasche auch das noch moment sagt ihm mal moment warte du wolltest 9 millimeter haben gibt ihr meinen halben stecken hier ach so ich will wenn du nur 9 millimeter hast weil ich dachte du hast keine ich habe im sechser revolver selbst gebaut ja die sechser lagen will ja guck mal hier ein du hast gelukkuluter luther dingen das ist echt molotovs und schrot fändenteile dreckiges wasser immer ein bisschen häuser zum auslaub wir kommen bestimmt gleich ganz viele runtergeflumpst irgendwo ich brauche mal ein bisschen autos ab ja ist gute idee langsam dass ein hund hinter dem bogen weg nicht ja 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 drei stück man kann auch eine mit schalli wegmachen schalldämpfer und ich denke diese dritte auch mal nur wenn wir das mal so haben wir schon tot ok kann ich die auseinandernehmen ja ich habe hier hier sehen und alle knochenmesser ich habe ein hallo black scorpion stoppel ein wunderschön die hälfte der auto was machen die denn hier ist gelehrt mann wo gehst du hin wollte hier waren wir noch nicht und ist ein fake raum da oben steht noch nicht mal müll guck mal das warst du gar nicht das warst du gar nicht aber guck mal hier ist wirklich da ist wirklich noch ein gang und das ja mal gucken naja was war ich nicht ach so du hast gedacht ja ich habe gedacht du bist da da steht warte da steht die spinne aber ich kann die nicht durch den ding schießen oder kann ich den durch den ding schießen lieber schleichen treppen hochschleichen bisschen das so eine gute idee vergiss es anu ja so so soldat ja auch hier für eine maschine die grüne modi und es war zu laut entschuldigung er hat mich getroffen er ist immer noch hinter mir ja ich komme das auto explodiert ist tut mir leid dass ich so gebrüllt hat endlich mal action ich habe mich nur so verjagt wo das auto explodiert ist tut mir leid dass ich so gebrüllt hat endlich mal action und action da nein ich habe ich habe das haar gerichtet es geht weiter das haar ist gerichtet dann immer noch immer noch verbannt oder so was habe ich schon habe ich schon aber nicht erst mal wieder hoch ticke da hast du das man ja ja auch gesehen weißt du ernst nichts böses ja und dann sind bestimmt alle wach weil ich so gebrüllt habe es tut mir leid schon ist cool ist cool wir sind erst in der ticke ja warte mal ich suche gerade mal hier ich habe hier ganz böse erinnerungen dran mal da ist eine tasche noch mal da müssen wir da gibt es auch also hier steht ein licht das sagt es geht nach da oben aber da oben geht es gar nicht lang warten das für einen quatsch warte moment nee aha also ich habe gefunden wo es weiter geht ok machen wir erstmal die tasche machen hier ist eine treppe ist hier hier ist eine treppe und hier ist eine leiter oh ja dann komm ich mal kurz gucken nein 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 wo du wenden wenn ja hier ist auch einfach die treppe da unten ist das licht in diesem raum hier und zeigt auch die treppe und ich bin von da hinten gekommen weißt du wie ich meine also keine ahnung also nur eine etage nach oben ok da oben ist ein durch wahrscheinlich hätten wir von oben runter gehen können die tasche holen können auch vermutlich wieso laufe ich eigentlich von weg das gibt es doch gar nicht nein jetzt finde ich den ausgang nicht mehr jetzt kommt doch mal oh männer ich muss doch eigentlich drödel mach hier mal weg und so wieso gehe ich eigentlich nach vorne ja das weiß ich auch nicht erschlossen entriegelt ich hab einen helden gefunden mein ich zieh den mal lieber an doch wie kann das sein du hast kratten tee getrunken das mädchen ach so ich muss nicht ich hab gedacht ok nur klamotten kapuze ja das so hangeln wir uns jetzt von einem apartment ins nächste ja so kein problem überhaupt kein ding manchmal nicht ich schätze mal wir müssen hier jetzt mal wir müssen bestimmt hier rüber ne wenn ich da drüben bin ich weiß nur dass man hier sehr viel springen und hüpfen muss und ich bin immerhin gefallen das habe ich mir nämlich gedacht warte bleibt stehen ich hoffe ich schaffe ich habe das ich habe mein bogen ist zu schwach ja manu kriegst du den ja ja ich muss nochmal also ich schaue mir jetzt mal so einfach den boden unter den füßen weg aber das macht nichts dann kann ich hier was mache ich denn schon wieder für extra die manche so ach so ja da ist ja so ein ding ich bin vielleicht auch sehr blind Moment da kommt noch einer Achtung oh voll doch runter Kollege zu dritt so haben wir nicht gewertet oh mein fein da hol dir oh da steht ein pinker steht oh den nehme ich mit aber ich glaube wenn wir den in die tasche nehmen ist der nicht mehr pink oder? Manu wo denn? hier guck mal hier guck mal wenn du da über dieses ding drüberläufst guck mal hier ja nimm mal mit meinst du? ja vielleicht bleibt der ja auch so he he cool ne meine tasche ist hinter schwarz nicht pinken dings mitgenommen oder? ich fähl ihn mal hin wenn du den jetzt hinstellst meinst du dann ist der pink? warte i'm looking wo hab ich denn hin geschafft? hier so und so und ne da ist doch oh das ist nämlich das problem so hier war ich drinnen schade ne hier war ich drinnen da braucht ihr nicht mehr rein muss noch essen wir müssen hier weiter ja aber wo geht man denn jetzt hier weiter? hier ist die lampe ja wir müssen nach da drüben guck mal da drüben muss was trinken ja ja hier ist die lampe ich muss einfach was trinken ne ich bleib hier stehen ich wege mich keinen zentimeter ich hab 1,3 äh infektionen wo kommt die denn her? äh brauchst du was? ich hab für erholen dich mit guck mal ob ich was dabei habe so weg äh ne ich hab keinen wohnen äh hier ich hoffe das nicht runterfällt hier danke äh so den nutzen so wie sieht's aus? ja 108 nehmen wir noch ein paar Benje benutzen also hier und dann hier hoch oder was? ja wahrscheinlich ja dann oh Gott stecke fest ah Hilfe oh na da durch ja ja da durch was ja ja ah ja da würde ich auch drauf verwetten, dass da jemand ist oh doch siehst du hm hm was ist denn hier? ach so küche looten da steht im bad steht jemand im bad steht jemand im bad steht jemand wenn du von hier guckst wo ich gestanden hab hier von der küche da siehst du den stehen da steht einer hinter der küchen Manni du bist level 5 weil du kannst besser schießen mit Pfeil und Bogen wo steht der? komm mal zu mir aaaaah den hab ich gar nicht gesehen 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 jetzt ist der Entschwende oh Manni oh Schmielfall ja aber GERDI 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 unglaublich oh die war hier im separat oder wo ja 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 nee nix nee 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 ich fand das so witzig wie sich Krunk darüber gefreut hat ne ja so süß oh haben die jetzt echt so ne engine eingeführt im gefühl ach je ja ja wobei ich sagen muss die ist echt gut gelungen das muss man ja äh 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 elten wollte ich ganz sagen das muss man zugeben also da haben sie sich echt Mühe gegeben wobei äh naja na gut weiter ist das so relevant für das Spiel war keine Ahnung Kaffeemaschine unberührt bin ich jetzt schon in der neuen Küche wo seid ihr denn hier ist nix äh hier in dem Bad irgendwie so keine Ahnung im ähm gritt ja ich hab hier von allen seiten ja ja deswegen ja wo bist du denn ich hab keine Ahnung wo seid ihr denn ich verlaufe mich doch hier ja ich hör es schon so brauchst du noch ein bisschen schrotzen moni ne moment nicht moni kommt i've got a bad feeling about this i've got a bad feeling about this i've got a bad feeling about this i've got a bad feeling ich glaub du bist in der anderen Küche gelandet ja ich bin irgendwie irgendwo hin ich war im Schlafzimmer und dann war ich eine Küche und jemand nicht mehr da so einfach ist dann guck mir den Hohleimer ne es ist nur kürze es gibt nur kürzer nein das ist brauchen wir alles aha aha ernsthaft wofür oh mon tschö wozu brauchen wir den ganzen Kram diese Toilette ey wenn ich da reinguck das Papier drin echt ja und ich guck ins Bücherregal oh ich hab nur guck oh die zieh ich jetzt an was hab ich denn an ich hab ne ich hab diese schöne Hose an ne ich will mich umziehen ich hab das bedürfen